Bei der Betriebsführung der Rätischen Bahn stellen wir jeden Tag den pünktlichen, sicheren und wirtschaftlichen Verkehr sicher. Damit wir das erfüllen können, benötigen wir in dem 14-Stunden-Betrieb auch die richtigen Arbeitsmittel. Der Arbeitstisch der Desplex AG erfüllt ein hohes Mass an Individualität. Das ist besonders wichtig im operativen Umfeld, wo es ziemlich schnell auch sehr hektisch werden kann. Mit der Höhenverstellbarkeit des Tisches und zusätzlich des Bildschirms kann auf alle Mitarbeiter, ob gross oder klein, individuell eingegangen werden. Das ist in Bezug auf die Ergonomie und Gesundheit sehr wichtig. Zusätzlich haben Funktionalitäten wie PC-Halterung, Stromversorgung und Geräte wie Handy und Laptop direkt in den Tisch integriert werden können. In enger Zusammenarbeit mit der Desplex AG haben wir auf unser Bedürfnis zugeschnittenes Produkte bekommen, die von allen Mitarbeitern auch geschätzt werden. Die Tisch haben ein hohes Mass an Verfügbarkeit und sollte etwas einmal nicht funktionieren, wird uns sofort geholfen und nach Lösungen gesucht. Wir können uns jederzeit auf Desplex AG verlassen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020